Musik 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 Zack, bumm und schon sind es zwei Jahre rum. Ich bin auf dem Holy Ground. Ich muss jetzt mal gucken, ob noch alles so ist, wie ich das hier zurückgelassen habe. Ich muss erst mal gucken, ob ich mich überhaupt noch auskenne. Ich war zwei Jahre nicht mehr hier. Womöglich habe ich die Orientierung verloren. Das geht ja gar nicht. Da muss ich erst mal dran arbeiten. Also, der erste Ground-Check dieses Jahr für mich, damit ich mich hier nicht verlaufe. Das will ja auch gar nicht. Für mich und für das Protokoll und für alle, die noch nicht hier waren, das ist das Infield. Und in die Richtung, in die ich jetzt gucke, das ist die Richtung, in der nachher die großen Bühnen stehen. Die Fasta, die Hada und ganz hinten rechts die Lauda. Zum ersten Mal sehe ich hier eine Butterblume. Oder ist das Löwenzahn oder ist es beides? Hat jemand Ahnung, was das für eine Blume ist? Auf jeden Fall ist sie schön gelb. Das ist vis-à-vis von den großen Bühnen. Da hinten links ist der Biergarten gewesen und die Biergarten-Stage. Ein bisschen weiter rechts, hinterm Knick, da war die Wackinger. Doch, so langsam kommen die Erinnerungen wieder. Juhu, ich habe mich mal auf das Wackinger rübergebeamt. Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, ich fühle mich auch schon so langsam wieder heimisch. Ich habe jetzt doch langsam das Gefühl, ich war schon mal hier. Also, so schnell kommt die Erinnerung zurück. Der Wackinger, unser Wackenstein. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil heute ist nämlich Fan-Treffen. Wo war Fan-Treffen im LGH? Nicht bei Helga, sondern im LGH. Apropos Helga, hat die eigentlich inzwischen jemand gefunden und wenn ja, wo war sie? Zusammenfassend kann ich sagen, im Moment ist noch alles so, wie ich das vor zwei Jahren hier zurückgelassen habe. Also in meinen Erinnerungen. Von daher alles cool. Und ich glaube, wir werden dieses Jahr ganz schön viel Spaß haben hier in Wacken auf dem Holy Ground. Auf dem 31. Wacken Open Air im Jahre 2022. Ich freue mich riesig und ich hoffe ihr auch und ich hoffe wir sehen uns im Sommer. Und dann machen wir Party mit geiler Musik und kühlen Getränken und viel guter Laune. Bis dahin. Tschüss. Ach ist das schön. So, ein schöner Tag. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.